Hallo und willkommen bei der Live-Berichterstattung zum MotoGP-Rennen im argentinischen Autodromo Termas de Rio Hondo. Die Wetterfrösche wissen Erfreuliches zu berichten. Wir dürfen uns während des gesamten Rennens über Sonnenschein freuen. Die Wetterfrösche werden die Fahrer in der ersten Reihe alles aus diesem Vorteil herausholen oder machen ihnen die Nerven zu schaffen? Schlauch Drei Schlauch Drei 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 Spannungsgeladene Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute.